Und damit willkommen zurück auf PULS24. Hier also ein kurzer Überblick auf das, was wir in der kommenden halben Stunde vorhaben. Und wir starten innenpolitisch und da mit dem Blick auf die Sonntagsfragen. Da gibt es aktuell zwei Umfragen, die ein wenig unterschiedlich sind, die wir jetzt auch analysieren wollen mit unserem Kollegen Thomas Mord, der noch einmal bei uns im Studio Platz genommen hat. Thomas, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Ich würde sagen, vielleicht schauen wir uns auch gleich einfach die erste Umfrage gemeinsam an. Und zwar ist das die von Unique Research, die vor allem auch wegen dem FPÖ-Ergebnis auffallend ist, oder? Ja, das fällt natürlich sofort auf, wenn man die Umfragen der letzten Monate verfolgt hat. Unique Research für Profil war das. Oben sehen wir eingeblendet, in welchem Zeitraum und welche Stichprobengröße hier dem zugrunde liegt und auch die sehr große Schwankungsbreite. Aber nichtsdestoweniger manifestiert sich hier das Bild, das wir jetzt schon das ganze Jahr über sehen. Die FPÖ ist solid auf Platz 1 und in diesem Fall, und das war das, was doch ein bisschen Wirbel gemacht hat, auch über dieser 30-Prozent-Marke. Denn die anderen Umfragen, die es gegeben hat seit Jahresbeginn, die haben die FPÖ knapp unterhalb dieser 30er-Grenze gesehen. Unique Research sagt eben, das ist doch schon ein sehr, sehr großer Abstand. Weiters fällt hier auf, dass es doch auch einen Abstand zwischen ÖVP und SPÖ gibt. Also Platz 2 scheint hier auch schon ein bisschen besser entschieden, als die letzten Umfragen vermuten haben lassen. Wir sehen, es geht sich aber keinerlei ehemalige Große Koalition mehr aus. Das ist lang vorbei. Hier haben die Ex-Großparteien zusammen 45 Prozent. Das reicht natürlich nicht. Deswegen braucht es, und das ist genau das, was die politische Debatte eben so befeuert, wenn man den Kanzler Kickl verhindern will, was jetzt alle Parteien ja im Stammbuch stehen haben, braucht es auf jeden Fall mindestens eine Dreier-Koalition als Antwort darauf. Vielleicht schauen wir uns auch gleich die nächste Umfrage an, bevor wir dann ins genauere Analysieren gehen. Und zwar ist das jetzt die Umfrage vom OGM für den Kurier. Da ist das ein bisschen anders und eigentlich liegt man dann da recht doch weit auseinander, oder? Ja, auch hier natürlich 3,1 Schwankungsbreite, ein bisschen ein größeres Sample. Reine Online-Umfrage war das. Und diese OGM-Umfrage für den Kurier jetzt vom Wochenende, die passt eher ins Durchschnittsbild der Umfragen der letzten Monate. Die FPÖ eben stärkste, gar keine Frage. Nummer eins, recht solid abgesichert, aber eben noch keine 30 Prozent. Da schaut es mehr nach einem, mit Fantasie ein bisschen gesagten Dreikampf aus, als wir es vorher bei dieser Unique-Research-Umfrage gehabt haben. Aber auch hier, man sieht es zusammen, SPÖ und ÖVP kämen zusammen hier auf 46. Auch das ist nicht mehr möglich, hier eine ex-große Koalition zu bilden und braucht auf jeden Fall, wenn man sagt, Kanzler Kickl käme nicht in Frage, eine Dreier-Koalition als Antwort. Was wir bei beiden Umfragen sehen, Grüne und Neos sind im Verhältnis gleich stark. Das geht jetzt auch schon ein paar Monate so dahin, rund um die 10 Prozent. Die Grünen haben ein bisschen mehr verloren in letzter Zeit als die Neos, sind ungefähr gleich stark. Und Sonstige sind hier mit 8 beziehungsweise mit 5 Prozent ausgewiesen, je nachdem, ob man die KPÖ extra abfragt, wie bei Unique Research war, oder die KPÖ nicht extra abfragt, wie es hier bei OGM war. KPÖ würde es aber momentan scheinbar zumindest laut dieser Unique Research-Umfrage nicht... Momentan keine Rolle, auch wenn es solche großen Wahlerfolge gegeben hat. Natürlich, wie wir es von der Steiermark gesehen haben und zuletzt auch von Salzburg. Aber im Bund ist das natürlich eine andere Fragestellung. Da hat sich noch niemand so richtig profiliert, dass man den abfragen müsste. Jetzt haben wir die Ergebnisse gesehen. Sie liegen zum Teil auseinander. Du hast auch schon ein wenig erklärt, dass das auch an unterschiedlichen Umfragetechniken und so weiter liegen. Aber was können wir für den aktuellen politischen Diskurs denn aus diesen Umfragen jetzt auch herauslesen? Ja, der große Game-Changer ist aus beiden Umfragen nicht herauszusehen. Der Trend, die FPÖ auf Platz 1 seit Jahresbeginn, das geht sogar schon ein bisschen weiter zurück seit Dezember, hat sich nicht geändert. Die FPÖ ist in jeder einzelnen Umfrage auf jeden Fall auf 1 gesetzt, mit dem Abstand größer oder kleiner. Und dahinter, eben mit größerem oder kleinem Abstand, jedenfalls ÖVP und SPÖ, da ein bisschen an Kopf an Kopf rennen. Was wir sehen, ist, es gibt keinen Babler-Effekt. Also Andreas Babler hat noch nicht wirklich Meter gut machen können in letzter Zeit. Er hält allerdings die SPÖ konstant über den 20 in Richtung 25, vielleicht mit ein bisschen Fantasie. Aber die großen Sprünge, die sind da nicht drinnen. Und bei der ÖVP, die hat sich eben nach dem großen Absturz seit Sebastian Kurz Rückstritt gefasst und gefangen. Und liegt jetzt auch ungefähr bei 22, 23, 24 Prozent solid auf Platz 2 oder auf Platz 3. Also die ganz große Änderung sehen wir aus beiden Umfragen noch nicht heraus. Aber ist da irgendwas abzusehen oder wäre das wenn dann nur etwas wie, keine Ahnung, Ibiza, was man einfach jetzt noch nicht sagen kann, was da auf mögliche Weise auf uns zukommen könnte? Also momentan ist es mal recht stabil offensichtlich. Und genau diese Stabilität in diesen Umfragen ist auch dieser Faktor, der die Parteien noch zurückschrecken lässt, dass man vielleicht einen Schritt in Richtung Neuwahlen geht. vorgezogene Neuwahlen, was eben Grüne und ÖVP mehrmals in mehreren Gerüchten widerlegt haben und teilweise auch wieder bestätigt haben, dass man es anstrebt. Derzeit ist es also so, dass beide Parteien ganz sicher keinen Vorteil hätten, allein von den Stimmverteilungen her, wenn man jetzt die Koalition leichtfertig ein Jahr vor dem regulären Wahltermin aufs Spiel setzen würde und auflösen würde. Also beide würden auf jeden Fall mal nicht gewinnen. Und diese Stabilität, dass beide eben derzeit nicht in die Aussicht haben, wirklich einen größeren Schritt nach vorn zu machen, die lähmt natürlich beide. Und da setzen natürlich sowohl Grüne und auch ÖVP auf Abwarten und vielleicht ein bisschen durchtauchen. Thomas Mohr, vielen Dank für diese Analyse. Sehr gern.